hallo und willkommen zurück liebe freunde wir sind hier wieder beim secret of mana ps4 remake und zwar genau an der gleichen stelle wo wir in der letzten folge aufgehört haben und zwar im oberland russalka hat uns genau hierhin geschickt beziehungsweise gemma um ich glaube wie hieß er luna zu treffen und genau auch hier kommt popoi her und wir schauen halt mal wie es weitergeht in letzten folge haben wir ja auch ein bisschen ganz schön darüber mal wieder auf die fresse gekriegt wir haben jetzt keine heilungsgegenstände mehr auch nichts mehr zum wiederbeleben aber ich würde mal sagen wir schaffen es trotzdem noch hier durch den wald hindurch natürlich ein kanonier ja komm halt die klappe nö 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 komm das lass ich mal dies nur sein geht bloß da oben von der krabbe weg freunde ich traf natürlich auch nicht was soll ein feuerball kunde so ein feuerbau ich bin ich hier freunde und kriegte ihn nicht Mal gucken, was du für überteuerte Preise hast. Ich würd hier gerne Walnuss kaufen, aber diese ist mal so teuer. Zumindest bei dir, Arsch. Bleibt mir ja nix anderes drüber. So, den Kopfschmack hab ich schon. Für die Mädels bräuchte ich vielmals für. Habe ich glaube ich schon. Oh, Fräulein, du hältst das mal schnell alle. Heal water! Heal water! Äh, Ausrussungsgegenstände. Äh, genau. Komm! Warte mal. Was hat ich? Der hat auch Kobra. Ich hab die Stimme geholt. Ja, ich weichere. Ja. Damit ich war nämlich nicht den ganzen Weg noch mal ein bisschen mehr anlassen. Ähm, ja. Scheiß, krass. Die Todeskarriere, das glaube ich hier. Die werde ich wohl nicht gezwatscht, oder? Ja. Mö, 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 Mö. Hm. Wenn ich aber jetzt hier hochkehre, komm ich doch wieder zur Eisfeld, oder? Ja. Komm ich hier denn nicht runter, Ricky? Weil da war doch ein... Mö, 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 Mö. Mö, Mö. Mö, Mö. Mö, Mö. Wie komm ich denn an die ähnliche Stelle? Ja, komm, ich bin auch verwirrt. Wucht. Lass mich in Ruhe. Mö. 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 Mö, Mö. Wur geht's denn... Da komm ich doch aber nicht auf die gleiche Stelle zurück. Äh, ok. es sind doch aber keine igel oder doch ein bisschen da ist ja hier ein bisschen eilig zu sterben ja 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 Na komm, sterb, 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 sterb! Ähm, war's das jetzt, äh? Muss ich dir noch sagen, dass sie wieder zurückkommen dürfen, oder was ist jetzt hier raus? Ah! Sehr fein. Oh, was ist das? Ja! Was ist denn? Mhm. Ja, das ist aber fein. Oh, dann hab ich das ja genau richtig rumgemacht. Von Frühling bis Winter. Mhm. Aber das schiff mir jetzt auch nicht mehr, aber gut. Ja? Aber du guckst mir doch nicht dabei zu, wie ich das schwinge. Aber du guckst mir doch nicht dabei zu, wie ich das schwinge. Ja, da axt auch. Ähm. Ja, das hatten wir ja nur schon. Ja, da kam, bewegt dich. Nein, wasser. Sagen die alle danach das Gleiche, oder was? Ich will nur gucken, ob du gleich irgendwie draußen hast. Ja, ist das gleiche. Ja, ist das gleiche. Ja, ich bin wieder. Ja, das war. Ich bin doch mal. Ja, du guckst mir doch mal. Ja, du guckst mir doch mal. Ich bin doch lange. Aber du guckst mir doch noch. Ich bin doch mal. Ja, du guckst mir doch mal. Was soll das denn sein? Ach, ne Mobrik-Rolle. Naja. Tschüss, Jili. Ja, komm. Oh, Koba am Leif. Ah, Frühling ist auf jeden Fall hier. Oh, das ist ruhig. Oh, das ist ruhig. Oh, das ist ruhig. Oh, das ist ruhig. Ah, da. Give me your fulfillment, da. Ah das ist so lange, oder? naja komm, 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 komm oh! oh, was tun wir noch? hm ja, in der Erde vielleicht hm 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 doch, was auch? oder brauchen wir das Element von hier? hä? alter nee komm, einmal heilen der gesichtsaustruck von diesen mümmler da ja ich bin gerade früh aufgestanden wusch ich etwa schon schwer na komm ja ja, komm, 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 komm geht auch so, Frühling, dann habe ich hier den Sommer dann gehen wir noch zum Herbst und zum Schluss und zum Schluss hm hm kann man nicht treffen oh, noch mehr Todeskraft ne, 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 ne kommt hier mal hier lang, oder weiß ich, Fräulein? stimmt ja, da oben links ist ja auch noch was hm hm, mal schauen, schauen aber schon, ne, klar, ich rede auch ne ne also diese ja, ach komm, prim, menschens, genau äh, ja, ich würde gerne Trump steuern äh, ja, ich würde gerne Trump steuern hier ist doch aber ja jetzt hier der weg frei aber natürlich ist gar nicht hin denn das sieht nämlich wieder nach einem boss kommen wir aus ihr schweine ja klappe gegenseit gekommen auch wenn ich zaubern kann vielleicht stück nehmen könnte ja 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 das hat sich auch wenn ich auch mal Ah, das ist ein wenig Sinn, dass ich noch so ein bisschen schüttelte. b den stufe schienen ist ja noch besser na dann wenn jetzt ein boss kommt nicht gut vorbereitet bisher sehe ich nicht nur noch nichts scheint so ja wo dann wo dann wo dann wo dann hallo ja hier soll irgendwo was sein aber ach na klar noch mehr instanter gehen oder du siehst mir ein bisschen gemein aus freundchen ich versuche es mal wieder mit wasser ein schadenspunkt aha so was bringt ihn zum beispiel ich hab noch ich hab noch ja ja stopp 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 ich würde sagen sterbe komm hallo ich habe doch gerade popo jetzt ist hier ist ich muss ja noch mal eis anscheinend das stimmt ja eis war ja nicht so viel wie kiefer hier ist hier Okay, okay. Du, achst schon, aber du. ja und der buch jetzt geht es immer nach hinten weiter das sieht mir ein bisschen nach ruine aus meiner samm Hehe. Oh, wer bist du denn? Ähm, ja. Ja? Ähm, ja. Wuhh. Wuhh. Möhm, ja, 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 ja. Hm. Hm. Das ist so schrecklich! Das ist ein Scheiß! Wir haben sicher alle, woher leben! Ob das sein wird? Das ist sicher, oder? Ey, stürb uns nicht weg! Schatz! Du sagst, was ich, oder? Also, du sagst, was ich zuerst. Wir sind zerstör, was ich, oder? Wir sind so, dass wir uns mit Manna zusammen mit den Kommen sind. Das Menschen, die Kommen der Kommen der Kommen der Kommen der Kommen des Kommen, die Kommen der Kommen des Kommen der Kommen der Kommen des Kommen, und er hat wieder um zuerst den Manna auszudriliben. Wenn die Mana ausgesucht hat, dann werden wir uns auch von dieser Welt ausgesucht werden. Das ist ein schreckliches Problem. Natürlich nicht. Ich werde mich, dass wir alle die Stadt zurückkommen können, die Mana ausgesucht werden können! Das ist ja auch ein Schiff! Ich bin auch eine Frau, und ich bin auch ein Freund! Oh! Oh mein Gott! Wenn ich auch nicht so viele Leute ausfüllen kann... Aber ich bin nicht so viel zu alt dafür. Ich bin nur für dich. Ach komm, du bist da viel zu alt dafür. das ist schön du siehst du das hier ist ima kara kono ko tach ga omae no shujiinja ka nonda zo かしこまりました みなさま本ごともよろしゅく no mao o tsuko eba そのオーブが反応する魔法を使う精霊がわかるのじゃ だしもちろんにャーとしている 死の森のクリスタルオブに魔法を使えば またごおこくへの道が広がるじゃろ またごおこくのキターに Oh, ein legionärer Drache. Ja, komm, komm. Ich habe keine Zeit, dass ich nicht mehr überlebt hab. Ich werde auch nicht mehr auf dem Tod. Aber, Herr... Sie werden sicher, dass wir alle zusammenkommen sind. Ich bin sicher, dass du manchmal zurückkehren. Ich werde das, wie ich das machen kann. Hm... So, zurück. Lass uns das nicht. Hm... Nö, das wird noch der Saal versiegelt. Ja, Freunde, und genau hier machen wir auch wieder Schluss für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt, auf ins nächste Gebiet. Und in der Hoffnung, dass wir den legendären, hilfreichen Drachen finden, der uns unterstützen soll. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch irgendetwas nicht gefallen hat. Von daher, ciao, ciao.